Leute, es gibt ein Wort, da sträuben sich die Nackenhaare eines jeden BVB-Fans. Rückholaktion. Laut diverser Medien verfolgt der BVB die Situation rund um Christian Pulisic. Der 23-jährige US-Amerikaner ist zwar noch bis 2024 an den FC Chelsea gebunden, kann aber mit seinen Einsatzzeiten natürlich nicht zufrieden sein. Im Dezember hatte er zwar mal eine Zeit, wo er 5 Spiele nacheinander über 90 Minuten spielte, ansonsten war er meistens nur Ergänzungsspieler. Man muss an der Stelle aber auch anmerken, dass Pulisic zwischendurch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Die hatten ihn natürlich ein wenig zurückgeworfen. Jetzt kommt aber auch noch hinzu, dass man sich beim FC Chelsea intensiv mit Ousmane Dembélé und Raheem Sterling beschäftigt. Wenn einer von den beiden kommt, wird es für Pulisic natürlich nochmal ein Stückchen schwerer, einen Stammplatz zu bekommen. Dementsprechend ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass er zumindest darüber nachdenkt, einen Wechsel anzustreben. Ob der BVB da jetzt tatsächlich die beste Adresse ist? Aus der Sicht des Spielers mit Sicherheit nicht die allerschlechteste. Immerhin feierte er im Ruhrpott seinen Durchbruch. Auf der anderen Seite sind aber auch nahezu alle Rückholaktionen des BVB gescheitert. Einzig Mats Hummels kam anfangs noch auf sein mehr oder weniger gewohntes Niveau. Dann stellt sich auch noch die Frage, ob der BVB auf den Außen überhaupt Bedarf hat. Und da kann man die Frage sogar mit Ja beantworten. Gelernte Außenstürmer sind in der Tat Mangelware. Lediglich Torgen Hazard und Marius Wolf wären gestandene Spieler auf dieser Position. Wobei Hazard zu den möglichen Verkaufskandidaten zählt. Adeyemi und Mahlen werden dort ja mehr oder weniger umgeschult. Rayner ist auf der 10 am besten. Und Beino Gittens sowie Braav gerade erst noch am Anfang ihrer Karriere. Da allerdings alle genannten Spieler über verdammt großes Potenzial verfügen, hätte die Verpflichtung von Pulisic alles andere als Priorität. Darüber hinaus liegt sein Marktwert über 40 Millionen. Und dass der BVB eine solche Summe mal ebenso aufbringen kann, ist nach den bisherigen Transfers, wenn überhaupt, nur mit Verkäufen möglich. Und selbst dann will man ja eigentlich erstmal einen Linksverteidiger der Kategorie David Raum verpflichten. Der ja auch zwischen 30 und 40 Millionen kosten soll. Und dass der BVB dann nochmal 40 Millionen aufbringen kann, wage ich mehr als nur zu bezweifeln. Das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann, wäre eine Laie mit Kaufoption für den nächsten Sommer. Aber auch das wäre absolut unwahrscheinlich. Auf der einen Seite wäre eine Rückholaktion von Pulisic schon eine extrem coole Sache. Ein echtes Ausrufezeichen und für die Offensive absoluter Top-Transfer. Aber auf der anderen Seite ist das Geld auf anderen Positionen deutlich besser angelegt. Aber ich gebe jetzt einfach mal an euch weiter. Würdet ihr Pulisic zum BVB zurückholen oder seid ihr wie ich der Meinung, dass die Priorität eher woanders liegt? Schreibt mir unbedingt mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne macht's besser und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020